Und weiter geht es mit Runde 27, halt, da machen wir noch ein bisschen zusätzlich Licht, yes, so schauen wir bis jetzt aus. So, und wir sind hier am Anfang von unserem, ups, ich habe da eine Vorlage. Wir beginnen wieder, wir schummeln uns mit einer Kettmasche zwischen das erste Öhrchenpärchen und genau so eines kommt da wieder rein, nämlich ein Öhrchenpärchen, also zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Das erste Stäbchen ersetzen wir durch drei Luftmaschen und zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, das sind sozusagen, das zählen wir jetzt als drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, drei Luftmaschen und noch einmal in die gleiche Lücke drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Als nächstes fünf Luftmaschen, eins, zwei, drei, vier, fünf und in den übernächsten Bogen noch einmal zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und drei Luftmaschen dazwischen, das zweite Mal. Und fünf Luftmaschen, eins, zwei, drei, vier, fünf und hier wieder noch zwei Stäbchengruppen zwischen die Stäbchengruppen. Also drei ganze Stäbchen, zwischen die erste und zweite Stäbchengruppe. Eine Luftmasche dazwischen, die zweite Stäbchengruppe. Zwischen zweiter und dritter Stäbchengruppe. Und wieder fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier, wo sind wir da? Na ja, genau. In den übernächsten Bogen wieder zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und drei Luftmaschen dazwischen. Eins, zwei, drei. Und noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und wieder fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und in den übernächsten Bogen wieder zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Das erste Mal. Drei Luftmaschen dazwischen. Und dann das zweite Mal. Und auch hier wieder fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da haben wir jetzt wieder so ein kleines, was wird das? So ein kleines, sagen wir, das wird ein Tannenbäumchen. Und zwischen der ersten Lücke und dem, also ein Stäbchen, da in der Mitte haben wir drei Stäbchen. Zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Eines in die Lücke einstechen, eines in das erste Stäbchen. So, dass ich es rausbringe. So, zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und drei Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Und wieder zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Eines auf das nächste Stäbchen. Und eins in die Lücke danach. Und wieder fünf Luftmaschen. Also eigentlich würden da, entschuldige, macht es mal die nach dem ersten gemeinsam abgemaschten Stäbchen. Wir machen dann nur zwei Luftmaschen dazwischen. Da sind mir drei zu viel. Also, nach den zwei abgemaschten Stäbchen zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Und wieder zwei Luftmaschen. Und zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen in das nächste Stäbchen und in die Lücke danach. Und fünf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf. Zwischen das erste Örchenpärchen, ein Örchenpärchen. Eins, zwei, drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und zwischen, also in dem übernächsten Bogen noch ein Örchenpärchen. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf. Zweimal Dreierstäbchengruppe in die Lücken. Eins, zwei, drei Stäbchen. Eine Luftmasche dazwischen und das ist die zweite Stäbchengruppe. Eins, zwei, drei. Und wieder fünf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf. Übernächste Luftmaschenkette. Örchenpärchen. Einmal. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und wieder in den übernächsten Bogen. Zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen und drei Luftmaschen dazwischen. Einmal drei Luftmaschen. Zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf. In den übernächsten Bogen und in die erste von den drei Stäbchen. Zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Zwei Luftmaschen in das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen in das nächste Stäbchen und die Lücke danach. Zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf. Übernächster Luftmaschenbogen. Zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Einmal. Drei Luftmaschen. Ein zweites Mal. Eins, zwei. Drei, drei, fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Übernächster Bogen. Noch einmal. Zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Das erste Mal. Dann drei Luftmaschen dazwischen. Und das zweite Mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und in den übernächsten Bogen wieder eine Dreiergruppe ganzer Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche. In den nächsten Bogen noch einmal drei ganze Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und in den übernächsten Bogen wieder Öhrchen, Pärchen. Also drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und dann noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Übernächster Bogen wieder Öhrchen, Pärchen. Eins, zwei, drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Eins, zwei, drei Luftmaschen. Und noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Und wieder in den übernächsten Bogen und in das erste Stäbchen von den Dreien zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen, äh, zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen in das nächste Stäbchen. Und die Lücke danach. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In den übernächsten Bogen wieder zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Mit drei Luftmaschen dazwischen. Das erste Mal drei Luftmaschen und das zweite Mal. Eins, zwei, drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen. Und in den übernächsten Luftmaschenbogen noch einmal zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Mit drei Luftmaschen dazwischen. Einmal eins, zwei, drei Luftmaschen und zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen, eins, zwei, drei, vier, fünf. In den übernächsten Bogen wieder drei ganze Stäbchen. Eine Luftmasche in den nächsten Bogen drei ganze Stäbchen. Und fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In den übernächsten Bogen wieder ein Öhrchen, Pärchen. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. In den übernächsten Bogen noch einmal. Öhrchen, Pärchen, eins, zwei, drei, drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier wieder zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen in den übernächsten Bogen und das Stäbchen danach einstechen. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen in das nächste Stäbchen und in die Lücke danach einstechen. Fünf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf. In den übernächsten Bogen zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Mit drei Luftmaschen dazwischen. Also einmal abgemaschte Stäbchen, drei Luftmaschen. Und ein zweites Mal in die gleiche Lücke. Fünf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf. Übernächster Luftmaschenbogen noch einmal. Zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und noch einmal. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf. Und in den übernächsten Bogen wieder drei Stäbchen. Also drei normale Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche. Nächster Bogen. Noch einmal. Drei einfache Stäbchen. Und danach fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Übernächster Bogen. Wieder zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und drei Luftmaschen dazwischen. Ein zweites Mal. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Und in den übernächsten Bogen noch einmal. Zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Zwei Stäbchen mit drei Luftmaschen dazwischen. Eins, zwei, drei. Ein zweites Mal. In den gleichen Bogen. Eins, zwei, drei. Gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. In den übernächsten Bogen. Und das unmittelbar darauf folgende Stäbchen einstechen. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. In das nächste Stäbchen. Und in die Lücke danach. Fünf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf. Übernächste Luftmaschenbogen. Zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Einmal. Drei Luftmaschen dazwischen. Das zweite Mal. In die gleiche Lücke. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und in den übernächsten Bogen. Noch einmal. Zweimal. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen dazwischen. Und das zweite Mal. Fünf Luftmaschen. Und wieder unsere Stäbchen gucken. In den übernächsten Bogen. Drei einfache Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche. Nächster Bogen. Eins, zwei, drei. Stäbchen. Und fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wieder Öhrchen, Pärchen. In den übernächsten Bogen. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Und noch ein Öhrchen, Pärchen in den übernächsten Bogen. Zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen in den übernächsten Bogen. Und das darauffolgende Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen in das nächste Stäbchen. und den darauffolgenden Bogen. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Öhrchen, Pärchen in den übernächsten Bogen. und das zweite Stäbchen in den übernächsten Bogen. Drei Luftmaschen. Drei Luftmaschen. Und ein zweites Mal. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen. und noch ein Örchen, Pärchen in den übernächsten Po. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen und noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen, eins, zwei, drei, vier, fünf, und wieder Stäbchengruppen in den übernächsten Bogen. Drei einfache Stäbchen, eins, zwei, drei, und eine Luftmasche in den nächsten Bogen. Drei einfache Stäbchen und fünf Luftmaschen, eins, zwei, drei, vier, fünf, und in den übernächsten Bogen wieder zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Stäbchen, einmal drei Luftmaschen, ein zweites Mal noch in den gleichen Bogen. Fünf Luftmaschen und noch einmal in den übernächsten Bogen zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen mit drei Luftmaschen dazwischen. Einmal drei Luftmaschen und noch einmal gleicher Bogen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Luftmaschen und wieder zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, einstechen in den übernächsten Bogen und in das erste von den drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen in das nächste Stäbchen und den Bogen danach. Fünf Luftmaschen. Und wieder in den übernächsten Bogen zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen mit drei Luftmaschen dazwischen. Die drei Luftmaschen und ein zweites Mal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, ein, 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 ein. Ja, Telefonunterbrechung auf den letzten Maschen. Also, wir waren beim ersten Öhrchenpärchen, fünf Luftmaschen und ein zweites Öhrchenpärchen. Also drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, drei Luftmaschen und noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und fünf Luftmaschen. Wir kommen zum Ende der Runde, ein bisschen dauert es noch, und unsere zweimal drei Stäbchengruppen, also in den übernächsten Bogen, drei ganze Stäbchen, eins, zwei, drei, eine Luftmasche und noch einmal eins, zwei, drei in den nächsten, in den nächsten Zwischenraum. Fünf Luftmaschen, eins, zwei, drei, vier, fünf und in den übernächsten Bogen wieder zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, drei Luftmaschen, einmal drei Luftmaschen und ein zweites Mal in die gleiche Lücke, drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen und fünf Luftmaschen und in den übernächsten Bogen noch einmal, zwei, drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, einmal drei Luftmaschen und ein zweites Mal. und fünf Luftmaschen und zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, einstechen in den übernächsten Luftmaschenbogen und in das erste von den drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch einmal, zwei gemeinsam abgemaschte Stäbchen in das nächste Stäbchen und in die Lücke unmittelbar danach. und fünf Luftmaschen, wir sind am Ende der Runde und eine Kettmasche in die oberste Luftmasche vom Anfang. Das war die Runde 27. So, ich sollte, irgendwer hat mir in den Kommentaren geschrieben, ich möge doch am Ende immer zeigen, wie das gerade ausschaut, ne, das ist ein bisschen, das siehst du halt leider nicht allzu viel. So schaut's jetzt aus bei mir. Also das heißt, wir sind da jetzt schon bei dem letzten, bei der vorletzten Runde der Ananas.